so handwerker lea lea macht da okay so jetzt gehst du dahin schneider dir jetzt doch mal endlich so ein blödes hemd aus was machst du das aus stoff habe ich stoff ich habe stoff sehr schön wird das nicht anziehen normale qualität sogar so sogar ein gutes hemd bau t-shirts ja passt alles was waren denn da für hosen eine gute hose sehr schön staubmantel aus und das kamelhaut ok passt da der dauert schon länger okay dann mache ich mal was anderes jetzt hast du wenig was anzuziehen ne t-shirt aus leichten leder isoliert ein bisschen zumindest besser als nichts wo kann man das ding auffällig bauen müden schiefer wow ich habe die sache mal einigermaßen fällig die sache mal einigermaßen fällig so schaut's mal dir aus und ernähren ja dann ist was und dann kommt's mal einigermaßen fällig wie er muss schlafen so eine erupción na geil Danke. Piepon. Da. Machen wir hier das gleiche. So, dann brauchen wir noch ein Strömchen. Ich habe echt keinen Forscher mehr, das ist echt nicht schön. Strömchen, so. Bulak wird unser Baumeister habe ich das Gefühl. Ah, dann können wir das Krankenbett wieder ausmachen. Das ist gar kein Licht sehe ich gerade. Das geht natürlich nicht, nee. Das ist ein bisschen ungünstig, so. Na toll, fehlgeschlagen, super. Was macht Lea? Du Steine machen. Du baust. Du kannst kein Handwerk. Lea ist unser Einzelste. Habe ich da? Habe ich Kurzbögen schon gebaut? Oh, ich habe schon Kurzbögen gebaut. Dann habe ich das Ding gemacht. Ich habe gar nicht mitbekommen. Ja, Fernkampf. Kurzbögen ausrüsten. Lea auch. Icarus hat. Du hast auch. Du machst. Na komm. Gut. Gott sei Dank. Habe ich mal das auch geklärt. Alle bewaffnet. Gott sei Dank. Wir könnten mal wieder nach Wildtieren schauen. Riesenfautiere. Bumanubel ist eher ungünstig. Kann man hier mal wieder vier Tiere jagen. Sauber machen müsste auch noch jemanden. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich glaube schon. Ich brauche dringenden Forscher. Ich weiß nicht, wen ich nehmen soll. Das ist das Problem. Kann raus. Weiterweil ist okay. Weiterweil auch. Jagen auch. Noch mal auf drei. Das ist auf zwei. Ba 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 ba. Du 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 du. Mein, der die Kabel verlegt. Nein. So müsste es passen. Wieso schlägt es auf dem Boden? Bin ich im Bett? Hm. Äh. Ja. Könnt ihr dem Mann mal jemand eine Hose bringen? Ist ja schlimm. Hier. Zieh mal die Hose aus. Geht auch. Wieso nicht gleich so. So eine Option. Ja. Das hat man ja schon. Da wäre es zimmerfrei. Wie genau das mit dir? Ich bin ja schon mit dir. Ehh. Toll. Konstruktionsfähiges Schlagen. Was ist mit dir los? Du läufst so rum, als hättest du langweilig. Oh, ich sehe gerade, da ist ja was fertig. Hier haben wir hier Stühle ran. Lea, was machst du? Spielt Schach, ok. Reinigen, machen wir das Blut weg da. Boah, schauts ja aus. Gulag, was machst du? Ok, da ist jemand auf Durchreise, das können sie gerne machen. Wird das heute noch was sehen oder schauts aus? Nach und läuft. Fleisch kommt gleich wieder rein. Wieso kann er die leckere nicht machen? Vegetarische aus Materialien. Brauche ich da Fleisch oder was? Tisch ist fertig. Speiseraum ist langweilig. Abscheulich. Können wir noch einen Billardtisch bauen? Ne. Schauen wir mal. 7 sogar. Läuft. Auf jeden Fall. Stimmung schließlich. Ah. Guck mal hier, kurz sauber machen. Da schauts schon wieder aus. Na. Geh mal kurz weg machen. Das geht ja schließlich nicht. Oh, ich sehe gerade. Da brauchen wir noch einen Boom. So. Bisschen Betonboden auslegen. Habe ich zwei Breiten oder gemacht? Ich dachte ich hätte drei gemacht. Hm. Offenbar nicht. Strukturen. Wand. Äh. Planen wir mal hier. Das können wir nochmal weg machen. Können wir hier noch was hin machen? Einmal so. Oh. 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 Mhhh. Hier könnte man eigentlich auch vergrößern. Oder? Wohl. Erstmal nicht. Hier könnte man noch ein paar Zimmer hinmachen. 1 und 2. Jetzt muss ich hier noch eins anbauen. Richtig. 5, 5. Hier. So. So und so. Ja, dann müssen wir das nochmal umbauen. Meinst du? Ja, Bettruhe ist höchst. Das ist ja okay. Und hier habe ich das bessere Essen eigentlich oben. Aber anscheinend... Ach, das geht jetzt ab 8. Deswegen. Und Icarus hat keine 8. Also noch nicht. Da fehlt noch ein bisschen. Okay. Deswegen geht das nämlich nicht, weil 8 hat keiner kochen. Dann ist okay. Dann kann man das durchaus so lassen. So, wir haben wieder Medizin. Na Gott sei Dank. Und dann kann man das auch machen. Macht nun. Du transportierst. Gut. Das schaut mit Stahl aus. Haben wir noch? Ja, ne? Das passt. Pandoline tut wieder draußen rumschleichen. Oh, Stoff. Sehr schön. Oh, wieder ein Küken geschlüpft. Sehr schön. Dann können wir mal kurz bei den Zonen schauen. Dann können wir noch ein bisschen Erweidern. So. So, schaffen wir hier alles wegründchen. So, jetzt schauen wir noch mal, wie es hier so ausschaut. Ah, das ist alles schmutzig. Solange es da okay ist, passt das. Immer noch nicht. Ich bin abhin halt an. Verdammt die Scheiße. Ja, fast, ne? Vier fehlt nicht mehr. Ach, da schaut's aus. Alles verdreckt. So, jetzt. Okay, das Zimmer ist auch fertig. Die sind alle belegt. Irgendwie steht das Bett falsch. Jetzt mal hier hochtun. Danke. Ah, da ist das Ding fertig. Das muss man mal ein bisschen übersetzen, habe ich das Gefühl. So. Jetzt wird's mal kurz kalt hier. Jetzt hinten rein und weg. Go Pipa und da hin. Was? Hase? Maffalo verrückt? Mahfalo verrückt? Ein Muffalo kommt! Hilfe! Rettet sich wer kann! Wovon wo kommen wir denn? Von hier wahrscheinlich, oder? Ne, doch nicht, oder? Auf sie! Bist du tot? Ja. Sehr schön. Ich hätte es gern gehabt, aber naja. So ist auch echt. Weißt du, was wir hier erst mal machen? Wir tun bei der einfachen Mahlzeit mal das Fleisch verdienen. Das heben wir uns mal auf. So, tun wir hier mal eine Kopie bauen. Komm, bauen wir das da fertig. Stopp! Bleib hier! Erstmal da fertig bauen. Neu installieren, das kommt da oben hin. Das sieht natürlich nicht schön aus. So, Tür. Da hin. So soll es passen. Genau, hier müssen wir mal die Zone wieder erweitern. So, hier müssen wir mal die Zone wieder erweitern. Was machst du? Hier ist jetzt ein bisschen kalt, ne? Ist ein bisschen ungünstig. Njam, 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 njam. Können wir den jetzt mal anwerben hier? Stimmung zu niedrig. Oh Mann. Was ist denn jetzt schon wieder? Komfort und Nahrung. Kannst du den mal füttern? Offenbar nicht. Wunderbar, was ist das hier eigentlich für ein Boden? Ist das Sandstein? Nee, habe ich ja gar nicht. Rettungskapsel. Rediger namens Headgun ist in einer Rettungskapie in der Nähe abgesteuert. Seinen Hauptschlag überlegt er vermutlich schwer verletzt. Also feindlich Faktion über Erheblichkeitsgänge. Kannst du ihn einsperren, um ihn zu rekrutieren oder zu versklaven? Geistige Arbeit, das ist gut. Und Kunst. Den könnte man durchaus behalten. Äh, da. Jetzt habe ich noch ein Problem. Ich habe keine Zimmer mehr frei. Oh, stimmt. Es kann natürlich dann nichts werden. Ich habe keine Bette mehr. Ach, da unten kann ich noch was reinpacken. Mal schauen, ob das passt. Dann bauen wir hier halt in die Scheune noch. Gefängnis und Krankenbett. Dann schicken wir mal Lea los und nehmen den Gefang. Lidia, was machst du so? Geht spazieren. Kannst du mal versuchen, Essen zu bringen? Du klettest. So wie leest du unterwegs? Passt. Wie geht es denn eigentlich blu? Passt, okay. Was nicht jetzt? Geht ins Bett? da nicht anbieten geht nicht okay hier hinten wollte ich mehr zimmer bauen abbrechen so Ah ok. Nö, nicht wirklich. Ich kann immer noch jagen. neu installieren so hier machen wir mal eine aus holz da unten rein ja wahrscheinlich war jetzt hier schläft so ist mein gefangener da unten oh ja den kann man leicht anwärmen menschenjagendes rudel oh mein gott mit schwein zwei oder ja da ist stahl das nehmen wir gleich mal mit jetzt kommen hier schon wieder irgendwelche schweinchen die was von einem wollen so die machen wir noch und dann mache ich aber schluss für heute auf geht's da kommen sie schweine stirb schwein wunderbar gibt es wieder schweinefleisch das war's oder ist ja nicht irgendwann anderes pass meine hühner farm läuft auch offenbar gut würde ich mal sagen mache ich heute schluss das war's das war's das war's das war's das war's das war's das war's